Hallihallo und herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr. Mein Kanal Master Jam wird heute drei Jahre alt. Vielen Dank für eure lange Treue, für den ganzen Spaß, den wir zusammen haben und lasst uns 2015 noch viel, viel mehr Scheiße bauen. Ihr seht es in der Videobeschreibung unten Kommentare von mir mit meinen Formaten. Gebt dem Format, das ihr jetzt als erstes im 2015 sehen wollt, einen Daumen hoch. Ansonsten würde ich ganz traditionsgemäß sagen, viel Spaß mit meinem Best of 2014. Eins, zwei, drei, vier. Mein Schwanz blutet. Wieso hast du eine Perücke auf? Keine Ahnung, warum ist dein künstlicher Kaktus? Du bist immer so schäuflig. Was? Ich schweig sie gerne und ich brauch das zum, es ist einfacher. Ist einer von euch Batman? Ja. Komm bitte mal ein Nächsterbeinkreif. Ah, quink, au, ah, bitte nicht. Ah, ja. Geist Blut, es kommt aus meinem Penis, meinen Eiern, meinem Arschloch. Das Arbeitsamt kann dem Bürger bei solchen Situationen nicht helfen. Herzlich willkommen zu Mein und Draw My Line. Doch ich ließ mich nicht abhalten und eröffnete 2012 meinen eigenen YouTube-Kanal. Und schon im Januar wurde mir eine Stelle als Jungredakteur angeboten. Ich bin so fan. Da ich mich am Wochenende einen kleinen Unfall hatte und ein bisschen verhindert war. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Crazy Records. Der nächste Rekord handelt vom Splash-Diving. Tom Marignac kann ziemlich gut schlucken. Dieser Mann wird auch der Blitzableiter von Virginia genannt. Eier. Längste durch Nase und Mund geführte Metallspirale. Crazy Records mit Weltrekorden der WM-Geschichte. Hey, Fußball, Fußball. Nächster Weltrekord geht an Happy. Einer niedlichen, inzwischen kleinen Tige. Heute fangen wir mal mit einem Tierweltrekord an. Denn der größte Mann der Welt ist Brahim Takyula. Und das mit einer Größe von fast zweieinhalb Metern. Hey, ich bin's, die Mia. Und jetzt kommt das Intro. Ich bin Vegas. Ich bin heute sein Gast. Heute gibt's wieder eine Folge Crazy Records. Holy shit. Ich bin seit fünf Jahren bei Happy World Pictures. Da seh ich erst mal. Und ich meine nicht oben rum. Der, 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 der. Mit diesem Video nehme ich am Webvideopreis teil in der Kategorie AAA. Alles weil wir Freunde sind. Weil wir noch Freunde sind. Mein Musikvideo Freunde ist beim Webvideopreis in der Kategorie AAA für den besten Schnitt nominiert. Alleine bekommt ihr diesen Preis. Kollegah. Ja, ich rede von SchülerVZ. Unnötig. Ich hasse es, wenn mir beim Kacken das Wasser bis zum Popo spritzt. Sex im Dunkeln? Nein, danke. Dafür seh ich viel zu gut aus. Und damit gebe ich weiter an Italien. Erlebe, wie dein Land Fußball-Weltmeister wird. Ende zu Kürzer. Und was soll ich mir heute sagen? Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Wow! Wir sehen uns noch einmal im Jahr. Wie hier? Fuck's! Ich hab was wahrscheinlich gesehen. Wie glaubst du, es ist schön? knows? Wursacht! ARK SandStop. On The Sky on theaeae. As you feel me. Oh yeah! An theaeaeaea B**** dich RTL 2. RTL 2 zerstört Animes! Aaaa concern! An Maniac und Phil. Aber ich denke mir die Scheiße doch nicht aus. Die Deutsche Bahn ist wirklich scheiße. Wir sind 40.000. Die Deutsche Bahn. Doch nach der Entwicklung erscheint im Fernseher dieses Gesicht. Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einer zweiten Folge von X-Files. Geht nach Hause. Auch ich habe noch Stolz. Jetzt kann ich die Kamera jetzt ausmachen und wir machen wieder rum. Boah alter, fick dich mal. Es gibt Satire und es gibt Satire. Ob es nun ein löbiger Junge wird oder ob er mit einem Mädchen bestraft wird. What? Shit das da echt? Ohne Scheiß. Autos, die beim Spurwechsel nicht blinken, sollten auf der Stelle explodieren. Es geht um Leute, die sich morgens beim Aufstehen denken, Ich bin ein waschechter Vollidion. Könnt ihr beiden euch jetzt verpissen? Ich möchte ein Video drehen. Ja ist ja gut, ey. Oh nein 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 nein. Oh mein Gott, was macht der denn da? Ja, ja, gute Mitarbeiter zu finden ist nicht leicht. Ich glaub an euch, ihr könnt das schaffen. Selbst an schweren Tagen schafft ihr es uns im Lachen zu bringen. Daher werden wir bis zum bitteren Ende hinter euch stehen. Unser Hobby ist das Gefecht. Vergesst einfach den ganzen Dreck, den man sich über uns erzählt. Wir sind Helden, wir sind Dieben. Angeklagt wegen Hochverrat. An einer Idee, die seit Jahren tot ist. Dieses Lied geht unter Wort an meine Kollegen von Endemobion. Ihr seid Freunde! Video Day! Und dieses ist der Moment, an dem wir uns bedanken wollen. An allen diejenigen von euch, die über die Jahre über die Treue gehalten haben. Und an allen diejenigen von euch, die können wir das erste Mal sehen. Herzlich Willkommen! Und wir schmeißen auf, weil wir noch Freunde sind. Wir bleiben, wir siegen, weil wir noch Freunde sind. Nichts wird uns tot kriegen, weil wir Freunde sind. Danke! Monster Jam! Monster Jam! Monster Jam! Mit der Klavinova! Woop woop! Der eine oder andere kennt uns auch von Was geht ab? Kommen wir raus ab, oder? All I want for Christmas is... Wie hier? Fuck, Sir!